Hallo, herzlich willkommen! Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der BDFA-Couch. Bei einem angenehmen Glühwein aus dem Originalbecher vom Weihnachtsmarkt in Rotenburg begrüße ich Sie recht herzlich zu unserer Folge mit Markus Siebler. Markus Siebler war ja schon mal als Präsident bei uns zu Gast. Diesmal haben wir ihn per Zoom-Konferenz wieder als Gast gewinnen können in seiner Funktion als Amateurfilmer. Wer Markus kennt, weiß, dass seine Filme großartig sind, viele Erfolge erringen, weil einfach ein super Konzept dahinter steckt. Und darüber möchte ich mit ihm gerne sprechen. Hallo Markus, Grüße nach Bayern. Willkommen zurück auf der BDFA-Couch. Markus, seit wann hat dich das Filmen als Hobby gepackt? Das Bewegtbild hat mich eigentlich immer schon fasziniert, muss man sagen. Das Problem war nur, dass ja damals es keine Handys gab oder eine Kamera, die man immer mitführen musste. Es war schwierig als Jugendlicher in den 90er Jahren an eine Kamera zu kommen, die dann auch an eine Videokamera, mit der man sowas machen kann. Fasziniert war ich eigentlich immer schon als Kind, muss man sagen. Spätestens als Jugendlicher war auch viel im Theater mit meiner Mutter in Ingolstadt. Da hat mich auch das Geschichtenerzählen so richtig gepackt und Faszination für den Film. Ich kann das gar nicht miteinander trennen oder voneinander trennen. Die war eigentlich dann da, späte Kindheit, frühe Jugend. Was fasziniert dich an der Filmerei? Ja, Filmerei, bei uns, wir haben ja doch einen gewissen Schwerpunkt. Wir haben zwar auch schon einige dokumentarische Filme gemacht, aber der Schwerpunkt liegt bei uns, glaube ich, schon auch beim Kurzspielfilm. Und da steht ja das Kreieren, das Erschaffen einer Welt im Fokus, das Geschichtenerzählen und eine Welt zu erschaffen, die dann von anderen so akzeptiert wird und erlebt wird und in der auch mitgefiebert wird. Das finde ich immer ganz spannend, so eine Welt zu erzeugen und andere damit zu bewegen. Wir dürfen dir ja gratulieren, da dein Film Schwarzstrom auf der letzten DAF den Deutschen Filmpreis gewonnen hat. Wie fühlt man sich da? Ja, der BDFA-Filmpreis ist ja die höchste Auszeichnung, die unser Verband zu vergeben hat. Dementsprechend wirklich ein größtmögliches Gefühl. Es ist wirklich schön, wenn ein Film Anerkennung findet. Das ist auch sehr befriedigend natürlich auch, wenn Filme grundsätzlich nicht in der Schublade verstauben. Man macht sie auch für ein Publikum, aber natürlich nicht nur für Juries. Grundsätzlich ist es immer, glaube ich, schön für, glaube ich, können auch viele nachempfinden im BDFA, wenn das, was man macht, ernst genommen wird und dann auch sein Publikum findet. Schauen wir doch in den Film mal rein. Gerne. Herr Krieger, ich muss Sie gesetzlich darauf hinweisen, dass die nicht wahrheitsgemäße Beantwortung der nächsten Frage rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Haben Sie Heizlüfter in Ihrer Wohnung? Nein. Nein. Natürlich nicht. Herr Krieger, obwohl wir selbstverständlich davon ausgehen, dass alle Ihre elektrischen Verbrauchsgeräte und Energiesparsteckdosen gemäß Norm 12400 und Norm 12425 G-zertifiziert sind, sind wir dennoch gesetzlich dazu verpflichtet, Stichprobenkontrollen und Warmwassertemperaturmessungen vorzunehmen. Sind Sie damit einverstanden, dass sich meine Kollegin Stahl kurz in ihrer Wohnung umsieht? Darf sie alle Räume betreten, auch das Badezimmer? Mhm. Wären Sie dann bitte so nett und würden Frau Stahl ihren Warmwasserboiler zeigen? Ja, wenn es sein muss. Du arbeitest ja mit einer Gruppe von Freunden an deinen Filmen. Sind da die Aufgaben fest verteilt oder sucht sich bei jedem Projekt jemand eine neue Aufgabe raus? Ja, teils, teils. Früher war es wirklich sehr divers. Früher hatte auch jeder bei jedem Film irgendwie teilweise eine andere Aufgabe. Im Laufe der Zeit wurde natürlich unser Team, wurde Traumfilm insgesamt ein bisschen ernsthafter. Das heißt, dass unsere Leute schon im Laufe der Zeit die Tätigkeiten wiederholt ausführen, die sie nach unserer Ansicht auch am besten beherrschen. Und so hat sich das ein bisschen auch jetzt festgefahren, dass viele häufig die gleichen Positionen vor allem hinter der Kamera haben. Kommen die Filmideen immer von dir oder werden auch welche aus der Gruppe umgesetzt? Drehbücher schreibe eigentlich immer ich. Alle unsere Filme basieren schon auf Drehbüchern von mir. Allerdings jeder, der Filme macht, weiß, dass vor allem auch beim Kurzspielfilm und wenn es um Spielfilm geht, viele Impulse auch spontan kommen, weil sehr viel auch abhängig ist von der Tagesform, von der Situation vor Ort, von der Atmosphäre. Und da fließt dann tatsächlich auch sehr viel Input aus dem Team ein. Inwieweit hilft es dir bei deiner Filmerstellung, Mitglied im BDFA zu sein? Ja, erstmal gibt der BDFA uns allen eine Bühne, die wir wahrscheinlich so in diesem Maß nicht hätten. Ich fühle mich wertgeschätzt und ernst genommen in unserem Verband. Ich glaube, das können auch viele gut nachvollziehen. Und man hat eine schöne Plattform, wo man sich austauscht. Eine sehr bunte Plattform, vor allem die nicht einseitig ist. Wir haben so viel vom dokumentarischen Film über einen Kurzspielfilm bis zum Naturfilm. Also eine wirklich vielfältige Landschaft und dadurch auch eine spannende Landschaft. Und von der profitiere ich sehr, habe ich immer schon profitiert, weil man damit noch mehr gezwungen ist, natürlich über den eigenen filmischen Tellerrand hinweg zu sehen und andere wiederum dazu zwingt es auch so zu tun. Wenn du den BDFA mit einem Satz weiterempfehlen solltest, wie würde dieser lauten? Mit einem Satz? Hm, das ist schwierig. Also für mich, aus meiner Perspektive und aus Kurzspielfilmen sind es eigentlich nur zwei Worte sogar und die lauten Geschichten erzählen. Welche Begebenheit bei deinen Filmarbeiten ist dir am liebsten in Erinnerung geblieben? Also ich glaube, bei einem Favoriten, das wird schwierig herauszufinden. Ich könnte, glaube ich, aus dem Stand mehrere hier finden. Sehr bewegend war für mich tatsächlich, das ist schon zehn Jahre her, was unser Dokumentarfilm 13. Juni 1944 alles ausgelöst hat. Und der hat ja Riesenfolgewirkung. Wir haben den wirklich vor großem Publikum aufgeführt, in ganz vielen Veranstaltungen. Eine Folge war auch die Enttüllung eines Denkmals, eines steinenden Denkmals, das jetzt an der Absturzstelle dieses Flugzeugs 1944 steht, wo auch die Namen der getöteten amerikanischen Soldaten draufstehen. Erklärt das Ziel des Filmprojekts war es ja auch, die Namen der Ermordeten zu erforschen, rauszufinden oder zu entdecken. Und die stehen jetzt auf diesem steinenden Monument. Und dann natürlich die TV-Ausstrahlungen und auch, dass wir mit dem Film eingeladen wurden nach Dallas in die USA und den da vor Veteranen vorführen durften 2014. Also das sticht dann doch in dieser Fülle ein bisschen heraus. Also das war eine unglaubliche Folgewirkung eines Films, den ich so bisher und seitdem auch nicht wieder natürlich erlebt habe. Zu dieser Zeit befindet sich der Gastwirt Andreas Bauer mit dem Amerikaner Robert Boynton auf dem Weg zur Polizeistation Attenkirchen. Die Straße dorthin führt sie über Sillertshausen, sehr nahe an den Unfallort. Etwa 300 Meter nach Sillertshausen begegnete mir ein Personenauto. Aus demselben stiegen Staudinger, Hermann und Karl. Staudinger kam sofort auf mich zu und beschimpfte mich, ob ich nicht wüsste, was wir zu tun hätten. Er packte dann den Amerikaner und zog ihn von mir weg. Nach kurzer Zeit kehrten Hermann und Karl zum Auto zurück und ich hörte, wie gesagt wurde, es ist geschehen. Dann haben wir den Amerikaner gesehen, wie der noch Sill ging. Dann haben sie mich so reißig zugedickt, mittags zugedickt. Und dann hat er aber immer noch gerechelt, weißt du, so gerechelt hat er. Wir gingen zur Mulde an den Waldrand. Ich nahm auf Anordnung des Kreisleiters und Oberleutnant Friedl den Flieger bei den Füßen und schleppte ihn mithilfe des Rieder und S.D. Mann Kress in den Wald. Dann schickte mich Friedl weg, um die Straße abzusperren. Nach zwei bis drei Minuten hörte ich einen Schuss aus der Richtung des Waldes. Was liegt als nächstes an? Welches Thema möchtest du gerne umsetzen? Ach, da gibt es viele. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich hätte ja auch vor einem Jahr jetzt nichts sagen können, also vor exaktem Jahr, dass wir in einem Jahr Schwarzstrom am Start haben. Das war nicht klar für mich. Wir haben ja den Film, ich habe das Drehbuch sehr spät geschrieben, auch in relativ kurzen Zeit und dann zwischen Weihnachten und Neujahr gedreht. Es gäbe einige Themen. Unsere Kurzspielfirmen sind ja die letzten Jahre immer ein bisschen satirisch, beschäftigen sich mit aktuellen politischen Entwicklungen auch, denken wir mal an Sinnlos oder jetzt an Schwarzstrom. Es kann schon sein, dass so etwas wieder kommt oder ganz was anderes. Da lasse ich mich gerne auch überraschen und das Publikum natürlich sowieso. Markus, vielen Dank für das Gespräch. Das war es dann auch schon wieder für heute. Liebe Grüße nach Bayern. Sehr gerne, Andreas. War gerne wieder bei euch und jederzeit wieder. Danke und tschüss. So, liebe Zuschauer, das war es schon wieder für heute. Sie sind mittlerweile ja gewohnt, unsere Sendung am 1. und 3. Samstag im Monat zu schauen. Deshalb verpassen Sie bitte nicht, am 23. Dezember gibt es eine Extrafolge unserer Weihnachtsspecial. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben oder Anregungen, schreiben Sie uns bitte per E-Mail an film-at-bdfa-couch.de. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Und sollten Sie noch kein Mitglied sein, Mitgliedsanträge finden Sie auf unserer Internetseite beziehungsweise auf den Internetseiten. Fast auf jeder finden Sie einen Antrag. Bis dann. Tschüss, Ihr Andreas Klöpfel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017